Hallo, mein Name ist Sabrina Kreutz, ich bin 34 Jahre jung, habe einen Lebensgefährten, einen neunjährigen Sohn sowie eine siebenjährige Hündin. Ich habe 2015 bei Dapperware begonnen, meiner Schwester zuliebe, weil sie sich eine Reise erarbeiten konnte. 2016 ist unser Auto kaputt gegangen und die Chance habe ich genutzt und habe mich fördern lassen zur Gruppenberaterin. Seitdem bin ich wirklich sehr, sehr gerne bei Dapperware und auch Gruppenberaterin. Hinter mir bzw. neben mir seht ihr einige Produkte, zum Beispiel unser Mini Panorama Set, unser Omelette Wunder, ein Must Have, unseren Speedy Girl, die Teigspachtel Schmal, einen Shake It, einen Klimakönig sowie unseren Spirale. Der Wert 160 Euro. Aber beginnst du jetzt bei Dapperware im Online-Business, kannst du dir diese Produkte schenken lassen. Das heißt, du verdienst ab deiner ersten Party, die was ich mache für dich, verdienst du schon bares Geld. Ich würde mich freuen, wenn du dich meldest und dich in unserem Team herzlich willkommen heißen. Ich wünsche dir viel Spaß. Tschüss.